Sie sagten, alle seien Kopfbahnhof. Stimmt noch nicht? Straßburg, Durchgangsbahnhof. Karlsruhe, Durchgangsbahnhof. Jetzt stimmt, Paris ist ein Kopfbahnhof. Gartenest. Warum? Weil es westlich von Paris keine Menschen mehr gibt, nur eine Kühe. Aber Stuttgart, 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 ist alles klar. Ein Paris kennt das Ding, das ich gar nicht. Und in Stuttgart ist das Ding. Mann, so eine komplizierte Scheiße, werf doch gleich eine Münze. Oder fragt den einzigen Schwaben weltweit, der sich wirklich mit Bahnhöfen auskennt. Günther Ötzi Oettinger. Stimmt, Paris ist ein Kopfbahnhof. Gartenest. Warum? Weil es westlich von Paris keine Menschen mehr gibt, nur eine Kühe. Ja gut, dass Sie allgemein wissen. Westlich von Paris leben keine Menschen mehr. Straßburg, Durchgangsbahnhof. Karlsruhe, Durchgangsbahnhof. Stimmt, Paris ist ein Kopfbahnhof. Gartenest. Warum? Weil es westlich von Paris keine Menschen mehr gibt, nur eine Kühe. はい, das ist die Bedeutung. Luna haut на Dopp. sonst irgendwas liegt. Untertitelung des ZDF, 2020